Und zwar werden wir nun unsere Milchstraße gegen die größte bekannte Galaxie des Kosmos antreten lassen. Expertenfrage an euch, wie heißt die größte bekannte Galaxie des Kosmos? Schreibt es mir gerne in den Chat, wenn ihr es wisst, aber nicht googeln, es wäre geschummelt. Ich kann euch schon mal verraten, dass sie viel, viel, viel größer und schwerer als die Milchstraße ist. Dagegen wird unsere Milchstraße wirklich aussehen wie eine kleine Murmel oder so, keine Ahnung. Wie ein kleiner Kreisel. Und ja, wir suchen sie mal. Ich kann sie hier einfach platzieren. Jetzt seht ihr es, wie sie heißt. Einige von euch wussten es bestimmt. Sie heißt IC1101 und sieht hier unten auch ganz unscheinbar aus, aber jetzt schaut euch das hier mal an. Da ist die Milchstraße und das hier, das hier ist IC1101. Hier und da ist die Milchstraße. Unglaublich, oder? Und nur zur Erinnerung, sie heißt Tim, das ist lieb. Das wäre natürlich eine Riesenehre, wenn irgendwann eine Galaxie, Astro-Tim-Galaxie benannt wird. Ja, das wird bestimmt passieren. Eher eine Pizzasorte oder so. Astro-Tim-Pizza, das wäre auch gut. Ja, schaut euch das hier mal an. Das ist unsere Heimatgalaxis. Die besteht schon aus 200 Milliarden Sternen. Und einer davon ist die Sonne, um den drehen wir uns. Und die ist so mini im Vergleich zur größten Galaxie. Also, unvorstellbar, oder? Also, immer wenn ich sowas sehe, fühle ich mich so unfassbar klein. Und auch so ein bisschen einerseits fasziniert darüber, dass der Kosmos so groß ist und wir so klein, aber auch so frustriert, weil es so viel zu entdecken gibt, was wir niemals entdecken werden. Wie viel Zeit würde es brauchen, alle Sternsysteme von IC1101 zu bereisen, selbst wenn man in jedem nur eine Minute wäre? Ja, wir werden es nie herausfinden. Das ist irgendwie faszinierend, aber auch ein bisschen traurig. Ich nenne das immer kosmische Sehnsucht, dieses Gefühl. Kennt ihr das? Schreibt mir mal eure Antworten in den Chat. Kennt ihr dieses Gefühl der kosmischen Sehnsucht? Also, ich habe das auf jeden Fall sehr oft. Genau, also wir sehen jetzt unsere Milchstraße versus IC1101, die größte Galaxie des Kosmos. Und wie eben auch, schreibt mir mal, was ihr glaubt, was passiert. Wenn ich jetzt auf Play drücke, was wird passieren? Wie werden sich die beiden Galaxien verhalten? Bis eure Antworten da sind, werde ich mal ein paar von euren Sachen lesen. Die Milchstraße sieht aus wie das Kartenspiel Werwolf. Das kenne ich, das habe ich früher immer gespielt. Das ist sehr cool. Zeugt die elliptische Form von der Gravitation des schwarzen Lochs in der Mitte der Galaxie? Nein, weil auch andere Galaxientypen, zum Beispiel Kugelgalaxien, das sind einfach quasi Bälle aus Sternen, haben auch ein super massives schwarzes Loch in ihrem Zentrum. Deswegen, das hat erstmal nichts mit der Ellipse zu tun. Also, alle Arten von Galaxien, außer ein paar Ausnahmen, deren schwarzes Loch weggerissen wurde. Aber standardmäßig haben alle Arten von Galaxien, egal welche Form, ein zentrales schwarzes Loch in ihrem Zentrum. Genau, die Sombrero-Galaxie zum Beispiel gibt es auch. Die sieht aus wie ein Sombrero. Und die hat auch ein schwarzes Loch. Wurde jetzt schon von empörten Menschen als rassistisch gebrannt, Mark. Man kann, der Name Sombrero-Galaxie müsste auf jeden Fall geändert werden. Wobei ich mich frage, was ist am Sombrero-Rassistisch? Keine Ahnung. Es gibt auch den Eskimo-Nebel, das wurde auch schon als rassistisch erkannt. Also, manchmal denke ich mir, wenn wir keine anderen Probleme haben als so ein Quatsch, dann haben wir scheinbar nicht besonders viele Probleme. Okay, Leute. Stefan schreibt, IC1101 wird die Milchstraße schlucken. Ohne Auswirkungen. Guter Tipp. Lisa schreibt, ich fühle mich manchmal regelmäßig depressiv in Anbetracht der Tatsache, dass ich Dinge wie galaktisches Reisen nicht mehr miterleben werde. Das Gefühl kenne ich auch. Wir sind zu spät geboren, um die Erde zu erkunden. Wir sind nach dem Zeitalter der großen Entdecker wie Magellan oder Kolumbus geboren. Wir sind zu früh geboren, um die Galaxis zu bereisen. Wir müssten es irgendwie schaffen, unser Leben zu verlängern. Vielleicht durch Krio-Konservierung oder so. Dann können wir das mal miterleben. Aber okay, führt uns alles viel zu weit. Ich würde sagen, wir gucken jetzt, was passiert. Wir drücken jetzt auf Play. Erstmal nix. IC1101 ist noch unbeeindruckt. Milchstraße sieht auch noch stabil aus. Aber ich prophezeie, dass sich das nun ändern wird. Ein bisschen schneller machen. Jetzt sehen wir hier, wie die Post abgeht. Also das sieht nicht gut aus, was mit der Milchstraße passiert. Die Spiralform wird langsam aber sicher zerstört. Und sie wird nicht angezogen oder doch? Aha. Jetzt passiert hier doch was. Aber was mich sehr wundert, was mich sehr wundert, ist, dass scheinbar IC1101 sich auf die Milchstraße zu bewegt. Oder es scheint nur so. Egal, gucken wir weiter. Ich glaube, es scheint nur so. Die Milchstraße bewegt sich eher hier drauf zu. Natürlich physikalisch ganz korrekt bewegen sie sich aufeinander zu. Auch hier gibt es wieder ein gemeinsames Schwerkraftzentrum. Oh, 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 oh. Die Milchstraße wird schon völlig zerfetzt. Und gleich kommt das schwarze Loch. Ach, du heiliger Strohsack. Buf. Schau euch das mal an. Boah. Hast du gesehen, das war ja ein Volltreffer. Das zentrale schwarze Loch von IC101 ist an der Milchstraße nur ganz knapp am Rand vorbeigerast. Und hat dabei die komplette Milchstraße zerfetzt. Habt ihr das gesehen? Hier sehen wir noch die Überreste der Milchstraße, die jetzt durch die Galaxis, die jetzt noch durch die Galaxis rasen. Wahnsinn. Also das war wirklich ein heftiger Streifschuss, kann man sagen. Übrig geblieben ist fast nur Sagittarius A. Das zentrale schwarze Loch und die paar Sterne, die sich drumherum bewegen. Wahnsinn. Und viel eher war es so, dass nicht das zentrale schwarze Loch von IC1101 sich auf die Milchstraße zu bewegt hat. Sondern die Milchstraße ist so ein bisschen wie wenn jemand eine Faust hinhält und jemand rennt auf die Faust zu und rennt da rein. Und so ist die Milchstraße an dem zentralen schwarzen Loch von IC1101 vorbeigerast und wurde dabei komplett zerfetzt. Die Spiralarme wurden durch die Gezeitenkräfte von IC1101 weggefetzt. Und ja, jetzt durch den Schwung rast das schwarze Loch der Milchstraße jetzt hier heraus. Aber was nicht passiert ist, und das lag aber nur an dem Winkel, wie die sich getroffen haben, ist, dass die beiden verschmolzen sind. Was aber in der Realität tatsächlich auch passiert. Denn dieses Ungetüm hier... Kann ich das irgendwie anklicken? Schauen wir mal nicht. Komm schon. Komm schon. Ah, ich komme nicht wirklich rein. Egal. Weil dieses Ungetüm hier, also das schwarze Loch im Zentrum von IC1101, das ist ein kannibalen schwarzes Loch, könnte man sagen. Es hat nämlich schon sehr, sehr viele andere schwarze Löcher aufgesaugt. Überhaupt ist diese Galaxie hier eine kannibalen Galaxie. Denn IC1101 ist nur zur größten bekannten Galaxie des Kosmos geworden, indem sie sehr viele andere Galaxien aufgefressen hat. Und je größer und schwerer sie wurde, desto mehr Galaxien hat sie verschlungen. Also wirklich galaktischer Kannibalismus. Und dabei sind dann auch immer die schwarzen Löcher verschmolzen, bis eben dieses Ungetüm hier entstanden ist. Und ja, das ist die Art und Weise, wie Galaxien so groß werden. Indem sie andere Galaxien auffressen. Was... Ich weiß nicht, was wir da was lernen. Was ist die Moral aus der Geschichte? Man muss andere Leute aufessen. Nein, wahrscheinlich nicht. Man muss mehr essen. Man muss mehr essen, um größer und stärker zu werden. Das ist... Das ist die richtige Moral.